Oh, nee, Mann, der pickt Talon, nee. 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 Ich weiß schon, ein Talon-Counter. Das ist so free, ich nehm einfach Trader. Wenn ich ulte, ist seine Ult useless, der kann nix machen, der ist sichtbar. Oh, mein Gott, zum Glück, Alter, zum Glück. Mann, bitte, pick, bitte. Nee, der ist afgat, nein. Ich kann das Video schnell. Na super. Nee, ich bin botlane. Und du bist jungle? GD. Okay, aber du lässt mich ABC spielen und geh durchlane. Ja, okay, machen wir das. Let's go. Komm, Nasus. Oh mein Gott. Perfekt. Na toll. Ist einer super. Ich glaub, der Nasus ist geliebt, er dachte, wir werden trollen. Hätten wir sagen müssen, wir sind pre, Alter. Okay, diesmal sagen wir's. Ich werde jetzt bekommen wir wieder was anderes. Du support, ich irgendwas, toplane. Na super. Jawohl. Oh, toplane, na toll, jetzt muss ich EDC. Jorik ist toplane, dann hast du Kampi gegen Jorik, dann kann ich EDC gehen. Warte mal. Ne, die haben keine Jorik. Leona war, was dir? Ja, ich muss irgendwas spielen. Oh, Sven EDC geht auch. Ich muss irgendwas spielen, was mobil ist. Let's go. Lotion, Lotion geht schon. Dynamik Presti, Attack, Lethal Tempo, na, Legend Electricity, let's go. Freund von mir, er ist bei türkischen Server, Gold 5, und EU-West, er kommt Silber 3 nicht hoch. Ich schade, er ist seit einer Woche Silber 3 und er war vor, ich hab ihm gesagt, komm EU-West und wir spielen zusammen. Er ist Silber 3, er kommt nicht mehr hoch. Na toll. Das ist unterschiedlichste. Oh, ich hab leider Verzögerung, wenn ich klicke, egal. Wenn wir koreanische Server spielen, würden wir Brunnen sehen. Ne, man hat auch gleich so gute Teammates. Ja, aber... Keine Ahnung, da hast du eh Beweis. Ich werde... Ich werde... Gold, und hier ist es übergreifend. Auf dem türkischen Server bin ich grad Level 24 oder 25. Ich will mal Level 30 werden, dann braucht genug Champs, dann will ich mal Ranked spielen. Ich will sehen, ob ich die ersten 10 Games gewinne und dann Platin platziert werde. Du willst eh Platin oder so Platin 1, Diamond 5 kommen, aber wenn du dann EU-West zurückkommst, bist du Gold 4 oder 5. Ja, ja, ich hab seine Videos gesehen, Alter. Er kommt nicht hoch, es ist nur schwer bei EU-West. Ja... Die Teammates, wenn er sich aufregt, er sagt so ein legit man EU-West Spieler, die sind so geboostet, alles Accounts gekauft und so. Er fahrt alle. Richtig zu, also er denkt, ich spiele gar nichts Geld. Er so, was macht ihr da? Was ist das? Was ist das? Also was machen wir in der Bot? Oh mein Gott, Alter! Let's go! Oh, die bekommen gar keinen Farm ab, Alter. Oh, Y kommt. Die Y, ihr habt einen riesen Minion Wave, man. Den könnt ihr sogar difen. Zu seinen Eros beten. Oh mein Gott, sie hat direkt Q gemisst. Oh, die ult. Oh Mann. und unten uuuuuuuh neiiiin ich war so schlecht Dann Jax und Zac kommt zu euch. Run, 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 bro. Nicht sterben, ich hab Tower. Nicht sterben, nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nice, nice. Oh, das war knapp, Alter. Das war so offensichtlich, dass die mich diven wollten. Ich bin noch schnell den Säck eh ausgewichen. Oh, pass auf. Lauf, Forest. Lauf, lauf. Die könntest du nicht besiegen. Die im Fight gewinnen die. Oh, Cutter kommt, Cutter kommt. Let's go, let's go. Fightet die, fightet die. Oh, okay. Fightet nicht, fightet nicht, fightet nicht. Die Midlane kommt auch noch zurück. Lauf, lauf, Forest. Du hast kein Mana mehr. Ja. Ich würd mal sagen, wir fighten, oder? Nein, ne, ne. Oh, ne. Doppelstun. Geh, scheiße. Ich hab nichts gestorben. Holy shit, man. Ja. Wenn du ulters. Geh rein. Oh mein Gott, die waren alle zusammen. Wieso gehst du dich rein? Oh, putz. Äh, warte. Das bin gefährlich. Wow, zu gefährlich. Jetzt war gefährlich. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Hättest du rein geultert, Mann. Was hättest du gemacht? Ich hätt dich gekillt, Mann. Weißt du, wie viel Damage ich mach? Push die Mitte hin durch. Ja, ja, perfekt. Oh mein Gott. Oh, Alter. Scheiße. Sieht nicht gut aus. Shutdown. Oh. Der save von Lulu. Perfekt. Scheiße. Scheiße. Die regnet nicht so auf. Oh mein Gott. Die ist ja so useless. Oh, das ist kein guter Fight. Wenn Leona noch ihre ult hat. Oh. Das war ein guter Fight jetzt. Holy shit. War das ein guter Fight, Mann. Ich bin stolz auf euch. easy, Bro. Das ist ja Wai. Das macht auch schaden. Also macht sogar mehr Damage als Katharina. Die sind ja nicht so weit. Ich weiß nicht, wie viel Varus ist. Sie werden einfach verhitz gehen, oder? Ja, weil Varus extrem behind ist, der hat auf der Lane komplett verloren gegen mich. Ja, das geht doch. Bin unterwegs, in Ups. Man, nein, 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 nein. Pass auf, Lick. Warum kämpfen sie, ohne zu tot? Ja, leider. Das Team ist so crap, man, ich weiß nicht. Oh mein Gott, der hat sie outplayed, man, holy shit! Na, Katrin, na. Was, die ohne Level? Oh mein Gott, du limmst das nicht, bitte nicht, wer hat nicht gecatcht, wer hat nicht gecatcht. Oh, 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 oh! Bitte! Ich bin bot im Gehleid. Komm, 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 komm! Na, du limmst, na. Ob die Rührung hat, drei! Oh mein Gott, Alter! dieser jacks einfach unglaublich was soll ich denn noch alles machen man braucht es endlich war unbedingt fack mal live ich hab den fett übelst gut gemacht aber problem ist niemand war da um zu helfen die gegner man alle fünf fast vier da weil wir hier oder hier wird einfach die kalt obwohl die gefeiert hat sie war das wurscht was soll ich sagen eine traurige geschichte ist es muss ich einfach die botle man schau wie viele minions da sind man das war eine richtige nubel von mir ja passt wenn du so bald sie können nicht ihn verhalten ohne sagt ist perfekt ich bleibe noch bauten stirb aber nicht als zweimal bei ich habe noch geholter zur sicherheit war gut oder wenn er mal jacks rüber springt ich tue weiter botle in split pushen free tower bot lane let's go rein du bist du teppert Aber es war Damage von Katerina. Oh mein Gott, Alter! Die Leon hat einfach instant mein Ult abgebrochen, wo ich mein Ult gedrückt hab. Meine Ult ging nicht mal an, Alter. Das ist so dumm. Alter! Alter! Ich hab Ult ready. Wenn du reinultest, dann kill mal dich. Ja, okay, wir haben gewonnen. Ja! Holy shit, Mann! Victory! Easy Carry, Alter! Die Teamfighter, Mann! Der Sex springt einfach komplett auf mich, anstatt dass er seinem Team hilft. Er kommt einfach auf mich, Alter, der Typ. Weigut, du. Und er hat sich mal geschafft, mich zu töten. Rarige Geschichte. 41 LP, Mann, Platin! Let's go! 41, oder? Ja, Mann, ich bin schade, 41 LP ist okay.